hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen an diesem wunderschönen samstagabend wer noch nicht genau weiß was er heute tun soll kann ab jetzt unbedingt sehr sehr gerne bei twitch vorbeischauen denn die liebe goffi und ich wir erwecken noch mal das innere burgfräulein in uns also eigentlich ja nur in mir ne goffi ist ja nicht so aber und wagen uns an for honor wer sich erinnert das schöne ritterspiel beziehungsweise naja mittelalter spiel keine ahnung wann dass wir uns schon mal gewagt haben vor ein paar jahren im live stream ja wir spielen es einfach mal für euch wer bock hat jetzt kommt vorbei auf twitch wir freuen uns auf euch und allen anderen die nicht dabei sein können oder wollen ich wünsche euch einen schönen abend und bis dann tschüss